Das ist jetzt mein grösstes Volk. Fünf Zargen aufeinander. Die oberste Zarge hat nichts drin, die habe ich gerade aufgesetzt. Da hat es Honig, da hat es Honig, da hat es die Hälfte Honig, der Rest Brot und da unten auch Brot. Ich lasse aber in diesen zwei Zargen Brot und den Honig drin und da oben wäre dann meine Ernte.